Was wird das heute nix mehr? So, nochmal noch. Achso, soll ich das denn abnehmen? Okay. Koppel aus Glas, strahlst du wirklich auch für mich? Oh, Bundestag, wär ich wirklich was für dich? Wer weiß, ob du und ich zusammen wirklich glücklich wär? Ist es nur ein Traum oder wird es Wirklichkeit? Koppel aus Glas, du hast vieles schon gesehen. Oh, Bundestag, wird hier Neues bald geschehen. Ich will, wenn ich in dir bin, wundervolle Dinge tun. Mit Herz, Verstand und Kraft und Mut. Ich glaube, wir sollten verstehen, was immer geschieht. Die Zukunft, sie liegt in unseren Händen. Wir können so vieles tun, wenn wir uns vertrauen. Gemeinsam werden wir stark. Ich glaube daran, wir müssen uns viel mehr engagieren. Und dann, ihr werdet es sehen, wird die Welt wieder schön. Koppel aus Glas, was erwartest du von mir? Oh, Bundestag, ja, ich komme zu dir. Ich bin, 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 ich bin Vielen Dank.